Ich bin hier, Eloy. Ich hab Tee gefunden und den Neustartcode installiert. Dann bin ich ja zu Recht dankbar. Tees Fest war im Winter, als da geerntetes Getreide eingelagert war. Es war die Zeit der Dankbarkeit. Und alle Kinder bekamen Geschenke. Das nennt man Weihnachten. Das Beste war mein erster Bogen. Aus eigenem Holz. Bespannt von meinem Vater. Jedenfalls hat er dir beigebracht, gut zu schießen. Das hat er. Noch eine Sache. Ich hab zwei deiner Leute gefunden. Einen Sturmvogel hat sie erwischt. Und ich ihn. Oh. Ich sorge dafür, dass jemand ihre Samentaschen nimmt, damit sie in ihr Lenz zurückkehren. Also gut. Ich gehe nach Rheinklang und bringe den Landgöttern dort den Kot. Und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und dem Beagle. So. Ich hab das Pausenmenü weggemacht und Aloy hat sich gedacht, yo, na so, ich hier, Himmelsgleiter. Wie kommt der Sturmvogel überhaupt dahin? Ich stelle nur Fragen, ja? Und ich wollte es jetzt nicht unterbrechen. Ich fand es aber schön, dass auch die Utaro auf ihre Weise Weihnachten entdeckt haben. Leute, das war die Beschreibung Paar Excellence von Weihnachten, ja? Nur beruhend auf den Landgöttern. Und nicht darauf, dass irgendein heiliges Kind auf die Welt gekommen ist. Oh Gott, Leute, die Religiösen schlagen mich jetzt, weil der Beagle das gesagt hat, irgendein heiliges Kind. Und ja, Leute, so bibelfest bin ich. Ich weiß, wer da zur Welt gekommen ist. Ob ich da mitgehe, ob das so eine unbefleckte Empfängnis, äh, eine unbefleckte Empfängnis nicht Gefängnis war. Äh, es ist eine andere Geschichte. Ich könnte den offiziellen Weg gehen und dem Wanderweg folgen. Oder ich kletter weiter wie so eine Bergziege hier durch und komme bestimmt auch ans Ziel. Da unten ist der offizielle Weg. Ich würde aber eigentlich gerne meine Ressourcen ein bisschen aufbessern. Wobei, ich glaube, im See brauche ich die gar nicht. Ein Vorrat für die Jagd. Ein Vorrat für die Jagd. Jedes Mal erzählt sie mir das Gleiche. Da ist bestimmt entweder ein Schnappmaul drin oder ein Loch Ness. Guck mal, ich find die so niedlich. Ich find die so niedlich. Ey, daraus sollten sie so kleine Püschtiere machen und die wirklich verkaufen. Da seht ihr, da schwimmt doch schon wieder irgendwas. Was schwimmt denn da? Ein Schnappmaul. Kann ich den nicht an Land locken und ihn platt machen, damit ich meine Ruhe hab? Geht das? Warte mal. Womit lockt man dich? Ich kann die Maschine erst überbrücken, wenn ich in der richtigen Wohnstätte war. Ja, das Thema ist gegessen, ey, Leute. Plupp. Oh. Ha! Leute, es war close enough, ja? Close enough. Jetzt geht die weg, oder wie? Nee, sie weiß nicht so recht, was ich... Ah! Nah dran. Ist das vom Spiel nicht beabsichtigt, dass ich... Ah! Munition leer. Macht nichts. Wenn ich von einem genug hab, dann von all dem hier. Also irgendwie ist der sehr passiv-aggressiv. Kann... Kann das ist? Ich will's nicht beschreien. Also, wenn er passiv-aggressiv bleiben möchte, soll er passiv-aggressiv bleiben. Ist kein Thema für mich. Und das tat ihm weh, ne? Yes! Das erinnert mich so ein bisschen an die Mumie 3, wo, wo, äh, Brandon Fraser mit einer Granate geangelt hat. Hatte same vibes, same feelings. Frag mich nicht, warum. Ich möchte in Ruhe schwimmen gehen, du dummes Vieh. Ah, zack, boom! Zack, boom! Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt reicht's aber langsam mal. Also, du könntest jetzt ruhig sterben. Warte, nicht schwimmen! Nicht, nicht! Was? Ich halte das für ein Gerücht, dass schwere Sachen nach unten... Geil wäre, wenn jetzt aus dem Nichts auf einmal ein zweiter Langhals auftauchen würde. Äh, ein zweiter Schlappmaul auftaucht. Seltsam. Wie seltsam? Was seltsam? Wo seltsam? Aber ihr müsst zugeben... Im Grunde hat mir dieses Schlappmaul es mir sehr leicht gemacht und hat sich gedacht... Ah, ich habe aber keine Böcke zu kämpfen... Ist okay. Das sollte mir auf die Beine helfen. Bitteschön. Und wenn Zoe die Aktivierungscodes dann macht, dann... Können die... Können die... Dann können die einfach frei entscheiden, wie das so ist mit ihrem Leben? Ich habe doch irgendwo hier... Da unten. Was ist denn da? Das interessiert mich jetzt. Eine Vorratskiste. Okay. Ähm... Aber hier, ne? Wo hier? Irgendwo hier... Ein Flugschreiber, aber wo? Wo soll hier ein Flugschreiber sein? Egal. Noch ein Landgott geschafft. Wir sind fleißig. Ich musste schwimmen, aber ich habe so den Neustartcode gegeben. Ah, gut. Wir haben so im Herbst gefeiert. Zu Beginn der Ernte mit Wein aus Holunderblüten. Und Twitter? Ich war einmal beschwipst davon und habe im Salbeigarten einen Jungen geküsst. Wie war das? Er war so überrascht, dass er fast ins Beet fiel. Wäre schön, so wiederzusehen, wie er die Felder in der Nachmittagssonne pflügt. Wie läuft es denn bei dir? Ich bin dabei. Ich habe noch ein paar Landgatter vor mir. Also... Okay. Ich rufe dich, wenn ich den letzten geschafft habe. Danke, Aloy. Aloy ist jetzt doch... Wenn das Ganze ein halbes Jahr nach Teil 1 spielt... Gerade mal 19, ne? Das heißt, Val ist vielleicht auch schon deswegen nicht so... Ich meine Schiene würde Säure einfach abschütteln. Ach so. Nicht gut. Vielleicht ist Val ja auch deswegen für Sini so recht in Frage gekommen, weil er älter ist als... Als... Wobei, ist er wirklich älter als Aloy? Ich weiß, es ist zugegebenermaßen ein Garten. Was ist denn da? Möchte ich wissen, was da ist? Das wäre jetzt natürlich... Oh, da ist eine Reliktruine. In der Wildnis. Ach, komm, wir laufen da hin. Ist okay. Aber ich möchte vorher... Mh... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Verschwendung von... Ressourcen ist... Was? Was ist denn da unten? Oh, Grünglanz! Meins. Ihr habt gesehen, wie schnell man Grünglanz auch schon wieder ausgeben kann. Oder habt ihr das überhaupt gesehen? Habe ich das alleine gemacht? Also für irgendwas brauchte ich... Genau, um meinen Stachelwerfer, äh... Abzugraden, habe ich unfassbar viel Grünglanz. Jetzt gehe ich doch wieder zurück. Ach, nee, sorry, aber dann nehme ich doch ein Schnellreisepaket. Also würde mich aber interessieren, was genau da unten bei dem Fragezeichen ist. Hm, ich... Genau da. Zack. Oh, an diese Stelle erinnere ich mich noch. Das ist Reserve für später. Das ist Reserve für später. Diese Aussichtspunkte, ne? Ich bin mir sehr sicher, dass man dafür eine Trophäe kriegt. Aber das ist ein Abfuck-Podi zu machen. Weil man muss wirklich auf den Millimeter genau stehen. Und sonst nimmt einfach die Scheiße sich nicht an. Ja, I don't care. Grünglanz. Cool. So, ab zu diesem Lagerfeuer hier vorne. Ich bin immer noch von Aloys Beinmuskeln, ähm, fasziniert. Ich meine, die rennt durch ganz Amerika. Ich muss im richtigen Bereich bleiben. Nein, musst du nicht. Aloy, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Ich entscheide, ob du das musst oder nicht musst. Verstehst du das? Wir sind doch ein Team, habe ich mir sagen lassen. Ach, komm, nicht die Vögel. Welche Vögel sind denn das überhaupt? Himmelsschreiter. Oh nein. Die werden auf mich aufmerksam werden, wenn ich hier so mitten durchs Feld grase, ranne, fliehe, laufe. Oder ist Aloy schnell genug? Maybe. Oder sie ist schnell genug. Also ist auch okay. So, was haben wir denn hier für eine Ruine? Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht die, von der die Otaro in Reinklang erzählt hat. Mal sehen, ob es drin etwas Nützliches gibt. Und wenn ich schon hier bin? Ich weiß sogar, wie das geht. Ich habe das noch so grob in Erinnerung. Okay, was ist hier drin? Eine alte Lore. Ob sie sich noch bewegen lässt? Ja, aber ich muss erst mal... Warte mal. Gucken, wo sie mich hinführt, um sie danach wieder zurückzuziehen. Was ist mal los? So, bringt mir das was? Stimmt, ne? Ich will aber auf das Dach. Ich will... Da ist Grünglanz. Grün Glanz vor allen Dingen, ja? Nicht Grün Glanz, sondern Grün Glanz. Egal, dann machen wir das halt anders. Leg ihn um, dann wirst du es merken. Oh, der Schalter kontrolliert die Schiene. Ich habe am Wochenende... Okay, nicht euer Wochenende, das ihr jetzt hattet, sondern mein Wochenende, bevor ich es aufgenommen habe. Ist also schon ein bisschen mehr. Auf Netflix einen schönen Film gesehen. Der hieß Dogs Gone. Und es geht um ein... Es ist... Bewegen wir das Ding. ...wie man jetzt so schön sagt. Ein Hundefilm. Ein schöner Hundefilm. Au, 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 au. Muss ich das jetzt nochmal? Warte mal. Okay. Die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet. Auf die Kurve ausgerichtet? Nee. Zur geraden Schiene wechseln. Und da ging es um so einen Jungen, der sich in eine... Junge ist gut. Einen jungen Erwachsenen im Studienzeitalter. Hm, nein. Sie haben doch gerade was von geraden Weg gesagt. Auf die Schienen mit Kurve. Das Ding muss hier rüber. Wollt ihr mich trollen? Weiter geht's nicht. Das ist mir auch egal, aber ich will geradeaus und ich... Probieren wir nochmal die geraden Schienen. Ich will ja auf die gerade Schiene, Aloy. Ich möchte auf die gerade Schiene. Wenn ich jetzt nochmal in diese fucking Kurve gehe. Ah nein. Jetzt hat's... Ich war nur nicht weit genug nach hinten. Und er hat sich einen Hund gekauft und ihnen tatsächlich den lächerlichen Namen Gong-Go gegeben. Wie Gong und Go. Und die haben dann so ihr Studium zusammen gemeistert. Reicht das schon? Oder... Nein, nicht ganz. Mit dem Hund. Der Hund war der Star natürlich. Selbstredend. Wer kennt's nicht? Und er hat am Leben nichts geschissen gekriegt. Also er wusste nach dem Studium schlicht, was er... In dem Raum ist irgendein Relikt. Falsch. Aber wie kommt man da rein? Das war jetzt gemeingesagt, er hat nichts geschissen gekriegt. Er hat einfach nach seinem Studium wusste er nicht genau, was er eigentlich machen möchte. Während all seine Freunde eben schon genau wussten, was sie machen wollten. Es endete dann daran, dass er nach seinem Studium leider Gottes eben wieder nach Hause gehen musste. Und da war ziemlich viel Kritik mit... Also ich fand's sehr schön, dass da ziemlich viel Kritik mit drin war. Dass Eltern manchmal einfach scheiße sind. Weil der Vater immer wieder Spitzen gebracht hat von wegen... Ja, haha, um deinen Hund zu versorgen, bräuchtest du halt schon auch Essen. Äh, musstest du halt schon Geld verdienen und so. Und überhaupt, ne? Und, naja, auf jeden Fall Gesellschaftskritik, ne? Seid nicht so kritisch mit euren Kindern. Selbst wenn sie noch nicht wissen, wohin die Reise geht, irgendwann werden sie ihren Weg finden. Und meistens ist man dann überrascht, wie gut der Weg funktioniert. Je mehr Druck man aufbaut, umso eher werden sie den Weg nicht finden. Das ist übrigens Fakt. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein, ja. Also ich muss dann also gleich wieder da runter, ja? Ja. Ich muss ernsthaft wieder da runter? Dann mal los. Nee, ich muss den Kot erst haben. Dann muss ich wohl erst hier runter. So, wo steht's denn? Auf jeden Fall wird der Hund dann relativ früh krank. Es ist irgendeine Autoimmunkrankheit bei Hunden, die wohl auftreten kann. Und er braucht jeden Monat eine Spritze dafür. Und dann geht der Hund bei einem Waldspaziergang verloren. Oh. Eins, sechs, zwei, drei. Na dann. Eins, sechs, zwei, drei. Eins, sechs, zwei, drei. Eins, sechs, zwei, drei. Und die starten da eine Aktion, um diesen Hund zu finden. Das war irgendwie rührend inszeniert. Und dieser Hund hat tatsächlich über 380 Kilometer zurückgelegt. Durch diesen Wald. Und wurde dann irgendwo auf der anderen Seite des kompletten Waldes wiedergefunden. Wenn ihr den Film euch angucken wollt, der ist cool. Und nein, das mit dem Hund ist... Vielleicht gibt's hier was Nützliches. Kein Spoiler. Weil in dem Film geht's noch um so viele andere Sachen, die ich jetzt tatsächlich nicht spoilern möchte. Unter anderem, wie gesagt, auch um die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Aber auch die Tochter, äh, auch die Mutter hat so ein paar Probleme noch aus vergangenen Tagen. Ich glaub nicht. Und warum sie sich... Nicht? Das stimmt nicht. Aber ihr habt das doch auch genauso gesehen wie ich. Nein. Wie, nein? Aloy, verarscht mich nicht. Das war 1, 6. 1, 6, 2, 3. Verarscht mich nicht. Warte mal. Das ist eine 9. 1, 9, 2, 3. Natürlich. 16, 23 ist das Gebäude sicherlich nicht entstanden. Die Luft wird kühler. Die Sonne geht unter. Jetzt haben wir nur noch eine Minute und wieder nur einen Landgott geschafft. Aber hey, das Gebäude hat mich jetzt irgendwie geflasht, dass ich es gefunden habe. Oh no! Ja. Aloy. Komm schon. Ähm. Ja, so geht's natürlich auch. Und auch mit dem Jungen stimmt was nicht so ganz, wenn man's... Oh. Und, und, und. Ziemlich viel schöne Sachen mit drin. Und es ist jetzt nicht gerade der beste Hundefilm, wenn ich gerade so an Bailey denke. Es ist nicht gerade der beste Hundefilm, den ich gesehen habe, aber auch sicherlich nicht der schlechteste. Und wenn man mal so gar nichts zu gucken hat, ist der echt schön. Ich muss auch sagen, ich habe da eine Szene so unglaublich gefeiert, wo der Vater sich wirklich bemüht. Sich wirklich, wirklich bemüht. Über diesen... Das passiert mir ständig. Also, was ist das da? Schweini? Ich habe doch hier gerade irgendwas gesehen, wo ich mir so dachte... Hey? Hm. Das da. Das da. Ja, das da. Ja, genau das da. Ach, egal. Dass der Hund aussucht, welches, äh... Stöckchen er sich immer, ähm... Werfen möchte und so, ne? Das... Da war schon gut Humor drin in dem Film. So, also. Nochmal. Ich weiß nicht, warum ich unfähig bin. Ich fände es viel geiler, wenn man mir eine Taste anzeigen würde, wie ich da hochkomme. Und dann ist gut. Aber nein! Ich kann mich entsinnen, dass ich da nämlich heftig Probleme gehabt habe, letztes Mal. Oh, nein, die ganze Lohre wieder zurück. Und dann ist mal, was da draufkommt. Na ja. Irgendein Relikt ist da drin. Aber wie komme ich ran? Hm. Wirklich eine gute Frage. Wobei so gut ist die Frage jetzt auch nicht. Okay. Na komm. So weiter geht das ja nicht. Zurück zu den Schienen mit Kurve. Ja. So, aber jetzt schiebe ich wieder. Dann haben wir schon zwei Ornamente und das obwohl ich noch nichtmals abgewartet habe, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Aber wenn ich schon dran vorbeikomme, möchtet ihr das schon auch irgendwie machen, wenn ich ehrlich bin. Wir werden dann auch noch, wenn wir die Questen von Morland und dem Rest machen, dann werden wir uns selbstredend auch ansehen, was die Ornamente können. Promist. Metallknochen. Allein für die Metallknochen. Uff. Hat sich das gelohnt. Alter, der grünen Glanz. Alter, der grünen Glanz. Ich will an den grünen Glanz. Aloy, was war das? Manchmal fühle ich mich von ihr auch grundlegend verarscht, muss ich sagen. Nein. Einfach nur nein, Aloy. Nein. Nein, 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 nein. Einfach nein, Aloy. Nein, nein, nein. Das Ding muss hier rüber. Geschafft. Ornament. Okay. Ich hab das Relikt. Hier sind Daten. Das Ding könnte aus Las Vegas stammen. Vielleicht werde ich schlauer, wenn ich dorthin zurückgehe. Aber nur ganz vielleicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier rüber... Wie komme ich denn noch da oben, Leute? Ich will da hoch. Zum Grünglanz. Kann ich das abschießen? Nein. Das macht mich jetzt ein bisschen mürb. Gib mir den grünen Glanz. Das geht auch nicht. Gib mir den grünen Glanz. Gebt ihn mir. Kann ich aus der Decke raus oder irgendwie sowas? Ach komm, ist mir doch egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir da hinten den letzten Landgott befreien. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.